Moin Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir reden heute über nichts Geringeres, also über die Zukunft von Anno 1800. Aber heute am 6.12. starten auch meine Streams zum Passage-DLC. Insofern ab heute Nachmittag, so gegen 15 Uhr oder sowas, bis in den Abend rein. Wahrscheinlich wirklich den ganzen Nachmittag bis Abend bin ich live mit Statistikmenü, mit Passage und so weiter. Und dann auch die ganzen nächsten Tage. Wenn ihr also einen kleinen Vorabeinblick kriegen wollt, Bauelemente sammeln wollt für euer Spiel mit den Twitch-Drops, dann schaltet auf jeden Fall rein, heute und auch die nächsten Tage. Vielleicht habe ich sogar noch Keys dabei, die ich verlosen kann. Zum Spiel, zum Season Pass, wer weiß zu was sonst noch. Also, es lohnt sich reinzuschauen. Jetzt aber zum eigentlichen Video. Ich hatte mein letztes Video von gestern gerade fertig. Da gab es die nächste größere Info zu Anno. Und es geht um nicht weniger als um die Zukunft von dem Spiel. Wir hatten jetzt das erste Jahr rum, wir hatten den Release des Spiels, wir hatten DLC 1 mit den versunkenen Schätzen, dann hatten wir DLC 2 mit Botanica, das war ja ein bisschen kleiner. Und jetzt kommt noch gerade frisch am zehnten dann Passage, das größte DLC. Und das war dann auch der Season Pass. Der Season Pass enthält ja dieser drei DLC, das war von Anfang an bekannt. Und damit ist also der Season Pass vorbei und das erste Jahr ist vorbei. Und da konnte man sich natürlich die Frage stellen, war es das denn jetzt mit dem Spiel? Ist Passage der letzte Content, den wir kriegen? Und dann ist vorbei mit 1800, das Spiel ist quasi fertig. Kommt ein neues Anno, geht es noch weiter mit 1800, kriegen wir noch mehr DLCs oder Content nächstes Jahr. Und bisher hatten sich die Entwickler dazu nicht geäußert. Die haben halt immer gesagt, also wir haben grundsätzlich Bock, wenn bei den Leuten Interesse besteht. Und jetzt gibt es also endlich die ersten Infos dazu, wie es mit Anno 1800 weitergeht. Aber zuallererst gibt es noch ein weiteres kleines Schmankerl zum Release von Passage am 10. Nämlich ein weiteres kleines Mini-DLC. Wer sich noch an Anno 2070 erinnert, der kennt das Prinzip. Bei 2070 gab es nämlich mehrere solche kleinen Mini-DLCs für ein paar Euro, wo dann C-Elemente drin waren und so weiter. Ich fand das bei 2070 ziemlich super und habe mir auch schon länger sowas für 1800 gewünscht. Fand das auch eine gute Lösung, das war alles optional, man musste das nicht kaufen, das war eigentlich rein optisch. Wenn man das nicht haben wollte, konnte man sich das Geld auch sparen. Aber ich habe die alle gekauft, ich fand das super. Man konnte also nochmal auch die Entwickler unterstützen mit dem paar Euro und hatte gleichzeitig noch ein bisschen extra Content. Und genau ein solches Paket kriegen wir jetzt auch für Anno 1800, nämlich ein Weihnachtsmarkt-Mini-DLC mit 23 neuen Ornamenten. Da ist alles mögliche drin, da ist ein Karussell drin, da sind Weihnachtsstände drin, Weihnachtsbäume und so weiter. Da können wir also unseren eigenen kleinen Weihnachtsmarkt bauen. Und jetzt guckt euch einfach mal das hier an. Das sieht einfach so süß und putzig aus. Ich will auch. Ich bin kein Freund von Weihnachtsmärkten im echten Leben, aber wenn ich das sehe, habe ich sofort Bock, meinen eigenen Weihnachtsmarkt zu bauen. Und ich finde, das sieht richtig süß aus. Und man sieht auch, dass das nicht irgendwie hingeschludert ist, sondern dass sie sich wirklich mit der Liebe zum Detail, die man von Anno gewohnt ist, daran gesetzt haben. Diese kleinen Details bei den Ständen und da liegt ein Lebkuchenherz und dann... Also es sieht wunderschön aus. Ich bin verliebt. Es ist nicht im Season Pass, es ist nicht in irgendeiner Deluxe Edition drin, sondern das muss man mit Geld kaufen. Ich hätte jetzt geschätzt so 5, 6 Euro, aber der tatsächliche Preis sind 3,99. Also 4 Euro. Ich finde, das ist wirklich ein okayer Preis. Ich weiß jetzt schon, dass es ein paar Leute geben wird, die das blöd finden und meckern, weil das Geld kostet, aber die müssen halt auch verstehen, das ist Zusatzcontent, den wir kriegen. Das ist nichts, was rausgenommen wurde, was uns jetzt verkauft wird, sondern ein zusätzlicher Content, den sie jetzt machen, der natürlich auch Arbeit und Zeit kostet, der so nie geplant war, den wir jetzt eben zusätzlich kriegen für die Leute, die das haben wollen. Und wer es nicht haben will, kauft es einfach nicht, ganz einfach. Ich persönlich bin da ein Riesenfan von, ich fand das bei 2070 gut und ich finde das auch hier gut und ich freue mich, dass sie das machen. Aber ich denke, da werden die Meinungen halt immer auseinander gehen und man kann da auch nicht alle glücklich machen. Ich persönlich finde das super. Also da sind 23 Ornamente drin, 3,99 kostet es und es kommt auch am 10. passend also zum Passage-DLC. Wir bauen dann da im Schnee und können dann sogar noch in unserer Stadt einen kleinen Weihnachtsmarkt bauen. Spitze. Und dieses Weihnachtspaket ist jetzt auch so eine Art Testdurchlauf, mit dem die Entwickler eben schauen wollen, besteht da Interesse? Haben die Leute da Interesse dran? Kaufen die Leute das? Lohnt sich das für uns auch von Zeit und Arbeitsaufwand her? Wenn ja, dann könnten die Entwickler sich durchaus vorstellen, zukünftig noch mehr so kleine Pakete zu machen für ein paar Euro und das vielleicht auch in der Anne Union darüber abgestimmt werden kann, welche Thematik das nächste Mini-DLC haben soll. Und auch zur Zukunft des Spiels wurde jetzt zum ersten Mal was gesagt. Bisher haben sie sich da sehr bedeckt gehalten, aber jetzt, Zitat Anno Union. Die Passage ist nicht das Ende von Anno 1800 und wir arbeiten an weiteren Features und Inhalten, um die Welt der industriellen Revolution auch 2020 weiter auszubauen. Das sind gute Nachrichten, die wir hören wollten. Es war die ganze Zeit so ein bisschen unklar. Kommt noch was? War es das jetzt? Aber damit wissen wir jetzt, es wird 2020 noch neuen Content und neue Infos und Updates geben zu Anno. Was genau da kommen könnte, da gibt es jetzt noch keine genaueren Infos. Es kommt ja jetzt gerade erst Passage raus, das war viel Arbeit und da müssen wir uns also noch ein bisschen gedulden, bis wir da wissen, was da kommt. Es gibt ja Leute, die spekulieren. Auf der Karte gibt es ja unten noch eine Landmasse, da ist noch gar nichts, die ist noch unentdeckt. Andererseits muss man auch sagen, das Spiel ist ja jetzt schon mit den zwei Hauptkarten plus Südamerika plus Arktis für viele Leute jetzt schon zu groß und kompliziert. Also wer weiß, ob da noch eine Region kommen könnte. Wir sind gespannt. Es ist jedenfalls sehr schön zu hören, dass da die Entwickler weiter Lust haben und dass 2020 jetzt weitergehen wird. Ich fand das erste Jahr sehr gelungen. Wie das dritte DLC ist, das gucken wir uns halt jetzt erst ab heute an. Da kann ich jetzt noch nichts zu sagen, aber ich fand Release und auch die beiden ersten DLCs schon ganz gut. Das Spiel hatte seine Schwächen und Fehler noch hier und da und seine Bugs, aber insgesamt hatte ich schon wirklich hunderte Stunden Spaß mit dem Spiel. Und für mich ist Anno 1800 vielleicht sogar das beste Anno aller Zeiten. Und insofern bin ich da voller Vorfreude auf das, was nächstes Jahr auf uns wartet. Soweit zu diesem Video. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Das mit dem Weihnachtsmarkt und der Zukunft. Das kam halt gerade nach meinem letzten Video. Deswegen wollte ich jetzt nochmal hier ein kleines Follow-up machen. Wir starten jedenfalls jetzt gleich gegen 15 Uhr mit dem Stream zur Passage und dann in den Abend rein und auch die ganzen nächsten Tage. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut und wir sehen uns. Bis dann, alles Gute, euer Walle. Bye, bye. Bis dann, alles Gute. Untertitelung des ZDF, 2020